Freunde, was geht ab? Herzlich Willkommen zu diesem Vlog. Wir haben jetzt gerade Team-Tage und fahren jetzt Richtung Frankfurt zu The One and Only Hermann Scherer. Hermann hat ein geiles Event. Wir sind eingeladen und gönnen uns diesen Abend und nehmen euch ein bisschen mit, sodass ihr mal einen Einblick bekommt. Da könnt ihr beim nächsten Mal selber dabei sein. Also viel Spaß. Wie immer was vergessen. Kleinen Zwischenstopp eigentlich. Presseausweis vergessen. Parkplatzsuche. Guck mal an. Guck mal an, wo wir parken. Direkt neben dem Boss. Kerstin Scherer. Das ist der Boss, ja? Und dann kommt Hermann Scherer. Ja, ready. Einchecken. Ich bin gespannt. Das ist natürlich das Schöne, ne? Du bist bei Hermann auf dem Seminar und hast direkt dein Hotelzimmer im gleichen Hotel. Einfach direkt ins Bett fallen. Schön träumen und morgen früh geht es dann los in die Bastai. Schönen guten Tag. Obwohl ich es, nee, als ob ich sonst nicht finde, was ich mal rauslasse. Guten. 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 Ich krieg das letzte Stück. Oh, er hat mir was übrig gelassen. Ja, man wirft ja kein Essen weg, ne? Also das macht man ja. Gönn dir. Ja, danke. Danke, das ist schön. Ich bin nur noch die Verkäuferin, dass du noch vor dem Bildschirm auch ein bisschen Sachen hattest. Bist du bereit für mein Hood? Wie heißt das? Crips, äh, Crips. MTV Crips. MTV Crips. Let's go. Inside, in my mansion. Let's go. Come on, come on. Das Wichtigste ist immer HDMI-Anschluss am Bildschirm. Das war früher so, um Playstation zocken zu können. Heute ist das Wichtigste genügend Platz zu haben für Liegestütze. Okay? Hab schon welche gemacht. So sieht das hier aus. Danke für die Brötchen. Sehr gerne. Weil, Ernährung ist alles. Ich werd mir jetzt so ein Brötchen reinziehen. Immer vorbeugend essen, dass ich beim Hermann Scherer keinen Hunger bekomme. So. So sieht's hier aus. Merde sie mich. So, hier ist der Rasenreporter bei Hermann TV. Wir fangen jetzt ein paar Teilnehmerstimmen ein. Das Seminar hat noch nicht begonnen, aber du bist heiß, oder? Ja, auf jeden Fall. Das ist der Bob. Man muss auch dazu sagen, das ist aus meiner Community, wir haben alle Bock, ne? Also... So motiviert. Also, geh zu Hermann, ja? Geil war's. Absolute Empfehlung. Wenn ihr Hermann mal live erleben könnt, nutzt dich schon. Hammer. So Freunde, das war jetzt ein Tag mit und bei Hermann Scherer. Das sind nochmal alle vom Team. Danke, Hermann, für diesen geilen Abend. Für uns beide geht's jetzt morgen früh weiter in die Sächsische Schweiz, wo dann ein Bootcamp stattfindet. Aber dazu mehr in einem anderen Vlog. Danke, dass ihr zugeschaut habt und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.